Ich hole mal den polnischen Champion da rauskommt erstmal. Kannste eh nicht leisten. 22.000, wie würde ich für die was holen? Echt, da kommen polnische Champs? Ja, das kommt, das ist erst ein paar Monaten, Junge. Ja, Spanisch. Was gibt es da für Polen, was haben die so viel? Keine Ahnung. Haben die noch nicht gesagt, die sagen das ja kurz bevor die rauskommen. Die können bestimmt. 100%. Das ist ein Glitch. Der eine kann Fähigkeiten und der andere kann Waffen klauen von Gegnern. Ja, der kann die Waffen aufheben von anderen. Ja, das ist ja doch mega geil. Ja. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Die sind drin. Eine Tür ist einer. Der Tor. Der Tor. Die kommt doch gar nicht rein. Doch, die Tür ist hier offen. Einer war drinnen. Kurz. Hä, wie haben die das aufbekommen? Seltsch wahrscheinlich. Ach komm, Alter. Durch die Wand bin ich. Durch die Scheiße. Achso. Bitch. Dem Gegner von der Sicherung des Blugefahrgutbehälters abhalten. Montage an der Tür. Rechts. Mitern. Ja, sorry. Und den Hauen, ne? Gut gefickt. Teammate ist da. Das ist dein mit. Und free. Musst jetzt rein, sonst gewinnen die. Ja, schade. Und den Behälter zu sichern. Eingestellt. Ich gebe mal an wie die Fliegen, Alter. Wie die Fliegen im Fliegenstall. Achso. Im Fliegenstall. Ja, habt ihr sowas nicht zu Hause? Nicht wirklich. Sicher? Ja. Bin ich mir nicht zufrieden. Bin ich mir nicht zufrieden. Bin ich sicher. Weil ihr habt so Zuchtfliegen. Und ihr habt die so gezüchtet, dass... Junge, du bist eine Zuchtfliege, ich hab da vergab. Der Killer arbeitet eigentlich für die russische Regierung. Der züchtet zu fliegen. Mit den Kameras. So kleine Attentäter fliegen. Die Nerven und allem, bis man sich umbrennt. Die haben eine Sprengladung drin. Wenn ich drauf drücke, man die Alarm. Im Endeffekt können wir das echt so machen. Ja. Junge. Bist du mal ge... Shut the fuck up. Hä, du könntest eine Fliege, wenn du die manipulieren könntest, in welche Richtung die fliegt? Rechts, nach links, nach oben, nach unten? Kann man. Kann man? Ja, die haben es schon mal mit Insekten probiert. Ja, dann infizierst du die noch mit einem gefährlichen Virus. Gefunden? Ich hab doch... Ja, das gibt's schon öfters. Kamera haben die. Dass man... Virus verbracht, verteilt hat hier. Ah, in Afrika... Hello, from my friend, from my Afrika. Die haben Frost. Oh mein Gott, wie ist das so? Beim Müt ist wieder Montes. An der Tür. An der Tür. Ja, das sind zwei Stücke an der Tür. Ja, da ist einer links, jemanden. Daumen. Daumen. Locher da. Links. Alter, Mute ist schwerhörig. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiter und zu holen, den Kluber verhindern. Das ist ein Glas. Ich bin noch da. Ich auch. Ich bin noch da. Ist Montes rechts? Nimm und reingeh dir das eine. Der ist noch draußen. Bitch. Was? Ja, wow. Man hat nichts von der gesehen. Ja, man hat nicht mal ihren Helm gesehen, den Diana hat. Fuck einfach. Ja. Ja, genau. Ja, genau. So hat sie mich gesehen. Fick dich, Alter. Ohne Mist. Ich sehe deinen ganzen Kopf und ich sehe nicht mal Augenbrauen von mir. Was sind Augenbrauen? Ich habe noch bei Twitch die ganz neuen gemacht, diese Augenbrauen, diese ganz Fäden. Die tätowiert hatte die ja. Monebrauen.